Servus zusammen, wieder Spinning Go Time, jetzt die dritte Folge hintereinander mit Oh, ein 70er, jetzt komm, das holen wir uns, das kreuen wir uns so hart Ja, unser erster 10-fach-Preis-Pool und dann auf den 7ern, wir haben uns in den letzten Folgen anscheinend genug beschwert, bekommen jetzt was und ja, hoffen wir mal, dass wir uns jetzt vielleicht, wenn wir das gewinnen, können es sein, dass wir uns so ein bisschen auf den 7ern etablieren könnten Schade, dass wir hier verfehlen Ich würde jetzt hier pre-reinstellen, ah, wobei Er ist halt ein Handyspieler Er hat auch King-Queen, aber in Spades, wie hat er das gespielt? Ja, okay, er hat halt den Flasch vor aufgepickt Aber ist natürlich ein gutes Ergebnis, dass wir hier tatsächlich sogar noch splitten am River Nice, hätten hier Top-Pair Queen ist eine okay Karte, gibt jetzt natürlich so ein paar Flasch-Vorkombos eventuell mit einer Queen Winter oder so, aber wir werden hier weiter betten Und ja, nehmen den Pot mit Nice Let's go Auch hier werden wir raisen Könnten auch einfach nur 50 raisen Also 55, 60, aber auch okay Nice Deswegen schaffen wir hier in diesem Spot nicht direkt mit der Queen Weil es hinter uns noch jemanden geben kann, der noch über uns drüber braucht Mit As-6 Ah, nicht so das beste Board Ah, das ist ein ganz guter Turn Okay, wir müssen das untere gewinnen Wir müssen es einfach Schwer hier Value zu bekommen von schlechter Deswegen checken wir unsere neuen da einfach und es wären auch in den Flasch gelaufen Ich würde eigentlich gern 3-Way weiter spielen Hier Erstmal Bin da eigentlich ganz zufrieden so Wie es Ist As-5 gegen As-König Hoffentlich gewinnt As-König Ich glaube, das ist der deutlich schwächere Spieler Ja, As-König gewinnt auch Also er limpt zumindest die ganze Zeit nur Und das ist für uns halt gut Oh, er könnte eine bessere Hand haben wie wir, wenn er da jetzt tankt Ach, er kommt mit 3-7 Alter Es sind solche YOLO-Player Es sind solche YOLO-Spastis, Mann Es ist so krass Ähm, hier Queen-Check-Suitat ist auch gut genug Um es direkt zu schauen Oh Mann, gewinnen wir die Hand, haben wir 1000 Chips Und spielen gegen den weaken Vollpfosten im Heads-Up Können es vielleicht runtergrinden Es kommt halt all day long bei den Vollpfosten an Es kommt immer und immer und immer wieder an Und es wird auch jeden Tag wieder ankommen für ihn Oh Mann Oh Mannsen Es ist noch nicht vorbei Aber, ja Der Pot war Also dieses All-In war richtig, richtig viel wert Können sie beide Und dann hat es wieder einer Und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die 30 fucking Chips-Bet-Callen Okay, waren beide vorne War sehr ambitioniert für uns Aber ja, okay Wir haben hier, Ass 8, geht rein Hoffen wir, dass wir irgendwie Was, was hat denn der für ein Bett-Size? Es sah eigentlich so gut aus Jetzt brauchen wir definitiv Hilfe Card-Run, Hitting-Run oder irgendwas Jetzt foldert es auf einmal Ah, hier hätte ich donken so ein bisschen Egal Egal Bed, Modern, River Wenigstens haben wir mal wieder 400 Chips Das ist sowas, was mich arbeiten lässt Wenn wir da einen All-In gewinnen Sieht das schon wieder ganz solide aus Gucken wir mal Bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er oft behind limpt Wobei Queen-3 ist jetzt auch nicht so die geilste Hand Die wir da unbedingt spielen müssen Ist King gegen Jacks? Oh nice Das 7 geht halt auch rein Und wir sind wieder zurück auf 500 Chips Vielleicht bekommen wir ja nochmal so eine Chance Für so einen Traum All-In Wie vorher Wie vorher 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 Ähm Ah, Jolo-Flop, nice Ist Queen auch nice Queen-9 Und hier Jetzt einfach rein King-Queen Okay, dann kriegen wir hier noch einen Call Ich glaube hier werde ich einfach behind checken Klar kann er Outs haben und so Aber Wir bekommen eher Value am Turn Und hier sind wir zweiter geworden Und machen zwei neue auf Ah, scheiße, Mann Dadurch, dass ich ihm Dadurch, dass ich ihm die Free Card am Turn gegeben habe Hat er halt die Chance gehabt Eventuell mit dem Flashter zu peelen Und hittet jetzt Aber Boah, okay Wir haben eventuell sogar extrem Geld gespart dadurch Weil Ja, wobei er hätte halt wahrscheinlich Flop geschippt Und wir hätten gefoldet Wenn wir gesiebetet hätten Ja, hier Muss man von den Odds her Müssen wir rein Er kriegt mit Zwei BB kriegt er noch Aces Und jetzt ist unser Stack schon wieder nicht mehr so geil Nach den zwei Händen Ziemliches Rollercoaster-Ding Das Teil hier Come on Das müssen wir jetzt auch mal gewinnen Das müssen wir irgendwie Was ist eigentlich los mit unseren Mit unseren Hitting-Skills Haben sie bei Scheiße Okay, das war's Wir sind raus Und haben die 70er Verkackt Und Scheiße, Mann Es ist so bitter Wir werden sogar Wir werden dritter Flush Draw bei ihm Kommt halt wieder instant an In solchen Phasen Ist es ganz, ganz schwer Die Motivation Zu behalten Immer weiter zu grinden Weil jetzt kann es halt wieder sein Dass wir jetzt wieder Über 100 Sit-and-Gos Nur für 10er bekommen Und 28er und so Und Einfach nichts vorangeht Und Hätten wir das halt gewonnen Wäre es halt Cool vorangesprungen Vor allem ist halt das Problem Motivationstechnisch Da ich diese Serie ja nur für YouTube mache Und eigentlich Deutlich höher spiele Ist das Problem an der Sache halt Da dann die Motivation behalten Aber wir werden einfach weitergrinden Wir werden versuchen Das irgendwie ins Plus zu drehen Was hat er jetzt hier schon wieder Was macht er Okay hier sieht es ganz gut aus Eigentlich Äh 20 in den großen Pot müssen wir auch callen Noch mal 20 Oh nice Und dann kann man für Value gehen Six ist gegen Ace Queen Nice Okay wenigstens das hier gewonnen Ähm Wie viel haben wir 11 Minuten Na locker können wir da noch eins aufmachen Die Die 14er Das ist irgendwie gar kein Problem Aber Weil da Hittert er jetzt auch noch Weil ich hab schon 2 aufgemacht Weil ich irgendwie schon Das eine schon abgeschrieben hatte Machen wir dann 28er Der gute alte Click-Race Klick, 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 klick Nize River Best River in Town Wette groß Oh na Werden wir es rein Jolo Schnapp Schnapp Ähm Spin Go Sieben Klick Race Green Mit Oh Also die Notes Müsst ihr nicht Oh hier sind wir vorne Bin mal gespannt Wie viel Orleans er gewinnt Bis er dann wieder das Spinning Go gewonnen hat Nachdem er noch 3 BB hatte Boah jetzt sind es echt zu viele irgendwie Ging nochmal Gut was auch Werden wir auch behind checken Wir können auch mit einer Delayed Seabed Den Pod mitnehmen Ähm Aber wenn er sich jetzt Anfangen sollte groß zu donken Dann können wir auch aufgeben Ice Green Easy Nice Der ist gewonnen Boah sick Schöner Schöner Wir haben gerade eben schon mal gesehen dass es ein Top 2 Slow geplayed hat im Clickraise Pods Jetzt hätten wir wenigstens die Nuts Werden wir noch versuchen noch ein bisschen was raus zu squeezen Ah Er hat auch den King Schade King Jack Ja Sind wir lucky gewesen Wir können eigentlich Wir können noch mal eins aufmachen Wir können noch mal eins aufmachen Das geht sich von der Zeit gut noch aus Oh wieder ein 28er Das hat sich doch gelohnt Noch eins aufzumachen So viele Kings sollte er nicht haben Wenn er hier bett Ähm werde ich den River callen Ace Jack hier geht auch rein Wenn wir den Pot hier gewinnen Dann das wäre sehr sehr nice Nice YOLO Spieler überall Wobei Das war halt King Queen Aber Trotzdem haben wir YOLO Spieler Überall You only live once Na Komm Nice bluff War aber irgendwie Irgendwie war es klar Von dem Bad Sizing Das hat keine Also es war irgendein Draw Und da wir am River gemisst haben Wenn wir hier schon zweimal so sick peelen Mit 7, 8 Off Dann müssen wir halt auch den River schaffen Gegen ihn Uh dominiert Eine 9 Wir wollen eine 9 oder eine 7 Endlich mal Dankeschön Wir hitten Zack Das noch gewinnen Zack Das hier gewinnen Das ist 2 Ah Das war ein 28er Das war ein 28er Schade Ah hier Erst 10 Kommt er nochmal zurück Gucken wir mal Boah wie Wie er mich gerade immer dominiert hat Das geht doch auf keine Kuhhaut Aber wir hitten Nice Okay wenigstens da noch ein 28er mitgenommen Jetzt könnte es sogar sein Dass wir jetzt trotzdem im Plus sind In der Session Trotz dass wir das 70er verloren haben Ja Sind jetzt wieder bei 32 Dollar Aber wir waren wie gesagt bei Mal bei 72 Hätten wir das Ja hätte hätte Fahrtkette Das 70er Deswegen geht auch die EV-Linie so ein bisschen hoch Weil das 70er haben wir natürlich verloren Und da haben wir einiges an EV generiert Ähm Ja Aber wir wissen dass die Statistiken und so passen alle Das passt Wenigstens können wir jetzt mal ein paar Folgen länger auf den 7ern bleiben Und Ja Ich denke Jetzt fangt es dann an zu laufen Auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge wieder Bis dann Bye bye